Zu Anfang sticht man ein bisschen in die Wolle rein, um die grobe Struktur zu stichtieren. Wenn die Wolle einigermaßen fest ist, kann ich eben halt in die Kinde oder im Stift auch mal rein. Das war dann immer noch nicht. Die Wolle sind in der Generation. Sie haben eine, die 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 drei Akte, die 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 Information an der Wäsche, das kommt immer noch nicht mehr. Aber das ist ein Thema, das hat man auch gelangt. Weil die Polizei ist und das hat nicht aktuell. Sie haben ja jetzt viele Blockplätze in Berlin gemacht, so etwas in der Zwischenzeit betreut. Und dann haben wir die Wolle in der Zwischenzeit. Das ist sehr wichtig. Das wird mal sehen.